So, jetzt fahren wir in die Stadt. 14 Uhr. Wir können Mittagessen. So, wir sind mal in der Kitchen. So, wir haben hier noch einen Kuchen. Die Nachtmacht ist schon wieder aufgebaut. Die Stände hier. Die ist gerade Pat Thai. Irgendwas Thailändisches. Mit Chicken und Nudeln. Und ich bestelle mir gleich jetzt einen Massaman. Genau. Massaman. Die Kuchen. Die Kuchen. So, jetzt kommen wir nach Hause. Links der Anusanmarkt. Ich bin ein Kuchen. Okay. Das ist ein Schnelles. So, jetzt kommen wir bei Kuchen. So, wieder zu Hause, wir fahren nach oben, jetzt sind wir in der dritten, noch 15. Da ist die Tankstelle, da vorne die Läden für Mönchsbedarf, alles was Mönche brauchen, drei Läden nebeneinander, dahinten ist das Cafur, City Hall, kann man ja gucken, das ist eine Lampung, oder Lampang, so ganz, ne? Nicht so gut, 18.